In diesem Video erhältst du alle Informationen zur neuen Pfadfinderklasse in Ghost Recon Breakpoint. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und abonniere meinen Kanal, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Die Pfadfinderklasse ist eine Speyerklasse, aber im Vergleich zu den anderen Klassen ist sie deutlich vielseitiger. Die neue Klasse ist für alle kostenlos verfügbar, aber Besitzer des Year One Paths erhalten eine Woche vor allen anderen Zugriff und können die Klasse ohne den Einsatz von Erfahrungspunkten freischalten. Das Klassen-Item, den Upload-Protokoll, kann anders als bei den anderen Klassen ausschließlich in den von den Outcasts in der Welt verteilten taktischen Depots gefunden werden. Das Upload-Protokoll-Item kann zudem nur die Klassenfähigkeit des Pfadfinders komplett aufladen. Auf eine andere Art kann die Klassenfähigkeit nicht aufgeladen werden. Das ist meiner Meinung nach aber gar nicht schlimm, denn die Klassenfähigkeit, das Amaros-Interface, hat es echt in sich. Mit der Klassenfähigkeit kannst du nämlich eine abtrünnige Asra-Eldrohne kontrollieren, die wiederum einen Bereich scannen und Gegner ködern, pländen und sogar angreifen kann. Du kannst auch nicht nur eine Fähigkeit der Asra-Eldrohne aktivieren, sondern so viel du willst. Jedenfalls bis die Zeit abgelaufen ist, denn du hast nur eine gewisse Zeit lang Zugriff auf die Drohne. Die Pfadfinderklasse kommt außerdem mit einigen passiven Fähigkeiten daher. Sie hat einen weiteren Sichtmodus, den Spayerblick, der einer Wärmebildsicht in Schwarz-Weiß entspricht, die auch taktische Depots hervorhebt. Außerdem können taktische Depots anhand eines Sicht- und hörbaren Feedbacks geortet werden. Rationseffekte wirken auf Klassenrang 1 50% stärker und länger und ab Klassenrang 2 sogar 100% stärker und länger. In den taktischen Depots kannst du übrigens mit etwas Glück eine AUG Scout, eine MK17 Scout, ein Baumblätter-Gilli-Oberteil und eine Baumblätter-Gilli-Hose finden. Im PvP-Modus funktioniert die Pfadfinderklasse etwas anders als im PvE. Sowohl das Uplink-Protokoll als auch die Adrenalindosis laden die Klassenfähigkeit nur zu 25% auf und der PvP-Vorteil Opfer sogar nur zu 13%. Dauer, Schaden und Kapazität der Funktionen der Azrael-Drohne wurden angepasst und die Drohne wird mit ihrem Scan Gegner im PvP nicht immer entdecken. Ich vermute, dass da zum Beispiel auf die Fähigkeiten der Panther-Klasse geachtet wird. Genaueres werden wir aber wohl erst bei Release wissen. Der Späherblick des Pfadfinders ist im PvP deaktiviert, was auch absolut Sinn macht, weil die normale Wärmebildsicht ja dort ebenfalls deaktiviert ist. Da es im PvP zudem keine taktischen Depots gibt, sondern der Uplink-Protokoll genau wie andere Items auf der Map zu finden ist, braucht man den Späherblick auch nicht, um taktische Depots zu finden. Die Pfadfinderklasse erscheint zusammen mit Episode 3 am 15. September. Ich hoffe, ich habe dich mit diesem Video gut informiert. Wenn ja, abonnier doch bitte meinen Kanal, gib dem Video einen Daumen hoch und schreib mal in die Kommentare, ob du die neue Pfadfinderklasse ausprobieren wirst. Ich werde die Klasse auf jeden Fall ausprobieren und genau wie alle anderen Klassen auf Stufe 10 hochleveln, denn so kann ich außerdem die Waffe M4A1 Scout freischalten. Schau dir auch gerne hier links mein Video mit allen Informationen zu Episode 3 oder rechts mein Immersive Mode Let's Play an. Bis dann mein Freund, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis dann.